Yvonne Wolke, nach Drama um Peter sucht ist sie auf Männersuche. In den vergangenen Wochen hielt sich das Drama um Iris Klein, 55, Ehemann Peter Klein, 55, und seine angebliche Affäre Yvonne Wolke, 41, hartnäckig in den Schlagzeilen. Nicht nur die Ehe der Kleins ist damit am Ende, auch die Schauspielerin ist mittlerweile von ihrem Ehemann getrennt. Bei einer Promi-Party in Hamburg feierte sie nun offenbar ihr Single-Leben, und ist bereit für eine neue Liebe. Nach all dem Zoff und Ärger tut es richtig gut, mal wieder auszugehen, ausgelassen zu feiern. Heute tanze ich mir die Seele aus dem Leib, so die 41-Jährige zu BILD. Ich habe so unglaublich viele Hassnachrichten bekommen. Das verunsichert einen sehr. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. In die Zukunft blickt Yvonne Wolke daher positiv und offenbart. Welche Art von Mann sie nun suche, leider ging meine Ehe ja durch den Streit kaputt, jetzt schaue ich. Ob ich einen netten hanseatischen Kaufmann finde. Anführungszeichen. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Pro-Minus der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen, BILDE. Aufz 3 committees. Beide Duster. Verwendete. 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 Denk sitze.